Bis 2027 haben alle SAP-Anwender Zeit, um auf S4HANA zu wechseln. Wie kann Max seine SAP-Systemlandschaft also schon heute auf die Zukunft vorbereiten? Die seit Jahren bewährten Schnittstellen ArchiveLink und Information Lifecycle Management, kurz ILM, verlieren in der S4HANA Cloud an Bedeutung. So rückt der Wechsel zur cloudfähigen CEMES-Schnittstelle in den Fokus. Unternehmen sollten schon heute überlegen, wie sie dokumentenbezogene SAP-Prozesse sicher für die Zukunft gestalten. ImageMaster bietet zukünftig neben der ArchiveLink und ILM-Schnittstelle auch eine CEMES-Schnittstelle an. Die bisher in den alten Systemen abgelegten Dokumente kann Max dank ImageMaster CEMES-konform überführen. Mit der CEMES-Schnittstelle von ImageMaster wird die Abbildung von SAP-Prozessen in der S4HANA Cloud unterstützt. Auch Fiori- und UI5-Integrationen sind möglich. Durch den Systemwechsel in die S4HANA Cloud und der gleichzeitig stetig steigenden Datenmenge wird die Kostenfrage zunehmend wichtiger. Damit also das Datenbankvolumen kein unnötiger Kostentreiber ist, kann dieses durch Datenarchivierung mit ImageMaster signifikant reduziert und das Wachstum auch in Zukunft verlangsamt werden. Mit ImageMaster ist die SAP-Systemlandschaft von Max bestens für die Zukunft gewappnet. Klasse! Max, Lea, Paul und Maria können dank ImageMaster dem Datenchaos entfliehen. Jetzt, da die Probleme weg sind, wirken die Kollegen und Kolleginnen ja gar nicht mehr so grießgrämig, sondern sind netter als gedacht. ImageMaster, SAP-zertifiziert, zukunftssicher und als Komplett-Service auch in der Cloud verfügbar. ImageMaster, SAP-zertifiziert, zukunftssicher und als Komplett-Service auch in der Cloud verfügbar. Vielen Dank.